Ich trinke viel weniger Luft. Ich habe den Aufholungen Folge geleistet. Ich habe dir Folge geleistet. In welchem Film bin ich hier eigentlich? Ich glaube, wenn wir die Demokratie verlieren und unseren Rechtsstaat verlieren, dann haben wir einfach nichts mehr zu lachen in diesem Land und überhaupt auch auf der ganzen Welt nichts mehr zu lachen. Demokratie bedeutet, die Macht kommt von unten nach oben. Wir, das Volk, entscheiden, wer unsere Meinung und unsere Stimme hat. Es tut sich was. Es sind sehr, sehr viele, die jetzt aufstehen und sagen, das muss jetzt diskutiert werden. Ich rechne damit, dass die Menschen sich das nicht länger gefallen lassen, was mit ihnen gemacht wird, mit ihren Kindern gemacht wird, mit ihrer Freiheit gemacht wird. Und die Basis ist derzeit die einzige Kraft, die da sagt, wir wollen die richtigen Fragen stellen, wir wollen die Alternativen bieten. Wählen wir jetzt gemeinsam die Basis, die einzige Partei, die sich darum kümmert, dass die tödlichen und zerstörerischen Maßnahmen sofort beendet werden. Das war's, das war's, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020